Schön, dass du bei mir der Sky eingeschaltet hast und heute, lange Rede, kurzer Sinn, geht es direkt um Stromkabel. Das bedeutet, um das hier mal zu zeigen, wir haben hier zum Beispiel dieses Objekt und dieses Objekt. Und die haben dann zum Beispiel die Eigenschaften, dass die beiden, naja, elektronische Komponenten sind. Und wir wollen jetzt ein Stromkabel zwischen Position A und Position B spannen, um dann auch Informationen übertragen zu können, wie zum Beispiel hier, das ist der Generator und der hat gerade Strom. Das hier ist eine Lampe auf der rechten Seite und jetzt ist die Frage, hast du Strom? Ja, du bist angeschlossen? Ja, okay. Dann bist du an, dann leuchtet diese Lampe. Andersrum, wenn der Generator aus ist, zack, ist es vorbei. Und das wird ein Mehrteiler, ihr könnt das Ganze in der Unreal Engine 4 und in der Unreal Engine 5 machen, das ist euch überlassen. Und wie gesagt, es wird ein Mehrteiler, das bedeutet mehrere Parts. Heute geht es darum, erstmal das Kabel zu spannen. Dafür benötigen wir unseren Charakter, das kann ein eigener Charakter sein oder zum Beispiel ein First- oder First-Person-Charakter. Wenn ihr einen Top-Down-Charakter oder sowas ähnliches macht, dann kann es sein, dass ihr das leicht anders implementieren müsst, aber das liegt dann, oder ich sag mal so, wenn ihr einen anderen Charakter habt, dann habt ihr den ja auch erstellt und dann wisst ihr ja vermutlich auch, wie man das macht. Würde ich jetzt mal grundlegend sagen. Das Tutorial richtet sich jetzt erstmal an die First-Person-Charakter-Leute und an die Third-Person-Charakter-Leute. Wir werden hier auf First-Person-Charakter gehen und öffnen erstmal diese wunderbare Blueprint-Datei. Jetzt werde ich hier das mal als Beispiel zeigen. Wir könnten natürlich auch zum Beispiel eine Taste definieren wie die Taste E und sagen, dass das das Input-Event Kabel kreieren ist. Ich werde das jetzt erstmal fest definieren. Also das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen, indem wir hier einen Rechtsklick irgendwo hin machen, wo Platz ist und eingeben E-Key. Okay, oder, ja gut, habe ich jetzt groß geschrieben, Nevermind. Und wir suchen uns jetzt hier die Taste E raus, das sieht so aus hier mit den Icons, das findet ihr unter der Kategorie Keyboard-Events. Und wir sagen jetzt E und hier haben wir jetzt zwei Outputs, oder eher gesagt drei, aber nur die oberen zwei, die Exacs, sind halt entsprechend irgendwie relevant. Was passiert, wenn ich E drücke und was passiert, wenn ich E gedrückt habe und jetzt die Taste loslasse? Wir arbeiten heute hier oben mit Pressed, E-Pressed. Kurze Logik oder kurze Introduction. Wenn ich gleich auf Play drücke, dann gehe ich hier rum und wir definieren dann einfach vor, dass hier dieses Objekt ein Strom-Actor ist und dieses hier hinten ein Elektro- oder halt ein Strom-Actor. Und ich sage jetzt hier hinten, ich drücke E und dann soll er eben überprüfen, genau wie bei einem Item-System. Er schießt dann so eine Art Laserstrahl los, den ihr dann später nicht sehen werdet. Wir werden das uns gleich mal anschauen. Wir schießen also so eine Art Abfragestrahl los und wenn er auf irgendein Objekt trifft, dann überprüft er, ist dieses Objekt ein Strom-Asset. Oder ein Strom-Actor. Wenn ja, dann sollst du, keine Ahnung, zum Beispiel dann das Kabel kreieren. Und wenn wir uns dann umdrehen und hier hinten E drauf drücken, dann macht er genau dasselbe und dann soll er hiermit das Kabel connecten. Und das machen wir halt mit dieser Laserstrahl-Abfrage, die man auch Line Trace nennt. Natürlich ist das kein richtiger Laserstrahl, aber ihr versteht gleich, was ich meine. Ich denke, für Anfänger ist das so simpel zu sagen. Wir ziehen E-Pressed raus und geben ein Line Trace und jetzt kommt es By Channel. Das hier erzeugt diesen Collision-Abfragestrahl, diesen Line Trace halt einfach. Hier haben wir eine Startposition, wo der Strahl anfangen soll und dort End bedeutet logischerweise, wo er enden soll. Wir wollen natürlich, dass der Strahl bei unserem Charakter, speziell bei unserer Kamera anfängt. Deswegen könnten wir das First-Person-Mesh oder auch die First-Person-Camera mal hier reinziehen. Ich mache das mit der Kamera und hier sagen wir Get World Location. Weil wir die absolute Position in unserem Level wissen wollen, wo unser Charakter gerade ist. Und das connecten wir mit Start. Nachdem wir das gemacht haben, werden wir jetzt ganz easy peasy einfach mal folgendes machen. Wir werden jetzt hier hingehen und wir müssen natürlich jetzt sagen, der Endpunkt, das ist zwar alles schön und gut, der Startpunkt ist dort, wo wir uns befinden. Aber der Endpunkt muss ja in der Richtung sein, in die wir gerade schauen. Und deswegen ist hier die Kamera so interessant. Deswegen können wir nämlich jetzt hier eingeben Get Forward Vector. Das heißt die Richtung, in die wir gerade schauen. Die ziehen wir jetzt hier rein. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir werden jetzt hier auf der linken Seite, ich hatte das eben schon mal gemacht. Wenn wir jetzt hier unter Variablen unten links auf das Plus drauf drücken und eine neue Variable kreieren. Und die nenne ich jetzt mal Interaktionsreichweite. Das sollten wir in Englisch schreiben, aber ich mache es jetzt mal in Deutschen, damit ihr das besser versteht. Und das hier hat den Variablen-Typ, da klicken wir hier auf Boolean drauf und ändern das zur Float. Genau, die Interaktionsreichweite soll nämlich nachher festsetzen, wie weit oder wie weit weg muss ein Objekt sein, damit wir damit nicht mehr interagieren können. Also zum Beispiel, wenn wir das nicht machen würden, dann könntest du auch auf der anderen Erdseite letztendlich mit irgendeinem Objekt interagieren. Und das ist ja nicht so ein Zweck der Sache. Ich würde das gerne auf 3,50 Meter oder 4 Meter setzen. Wir klicken hier oben links auf Compile, klicken auf Interaktionsreichweite unten links. Und dann auf der rechten Seite hier können wir jetzt das Default Value, also unsere Interaktionsreichweite einstellen. Ich würde das auf 350 setzen. Das wären 3,5 Meter als Beispiel. Wir klicken oben links auf Compile und auf Speichern. Die Interaktionsreichweite ziehen wir hier rein und sagen Get. Jetzt wird es interessant. Wir ziehen den GetForward Vector raus, der ist Return Value, und werden hier oben bei Search ein Sternchen eingeben oder einfach Multiply. Also wir multiplizieren das jetzt. Wir multiplizieren den GetForward Vector mit der Interaktionsreichweite, damit das Ganze so aussieht. Als nächstes werden wir das Return Value von unserer GetWord Location Note rausziehen und das Ganze addieren mit unserer Multiplikation zwischen GetForward Vector und Interaktionsreichweite. So ungefähr. Und das hier ist jetzt unsere Endposition. Jetzt gehen wir hier auf den Line Trace, weil wir können das schon ausprobieren, nur wir müssen es ja auch sehen. Aktuell ist der Line Trace standardmäßig immer unsichtbar, das soll auch nachher sein. Aber ich klappe das jetzt hier mal auf. Und wir haben jetzt hier die Draw Time, die können wir mal auf, was weiß ich, zwei Sekunden stellen. Und hier haben wir Draw Debug Type. Und hier werden wir jetzt mal For Duration einfach auswählen. For Duration bedeutet, dass der genau so lange angezeigt wird, wie hier unten die Draw Time eingestellt ist. So, Compile, Speichern und wir gehen mal hier oben auf Play und probieren das Ganze aus. Ich gehe hier rum und ich drücke jetzt mal E. Und ihr seht schon, ah, hier werden rote Linien für zwei Sekunden gespawnt. Und wir sehen, dass das aktuell mit nichts interagiert. Wenn ich jetzt mal so das mache, dann sehen wir es hier schon grün und hier hinten rot. Oder noch feiner so. Das bedeutet hier, da sehen wir auch an diesen Kästchen, die sich hier bilden. Hier hat diese Linie oder ist diese Linie unser Laserstrahl sozusagen auf irgendetwas gestoßen. Was natürlich dann schon mal gut ist, weil jetzt wissen wir, dass es funktioniert. Heißt also, wenn ich jetzt hier hingehe und E drücke, dann überprüfen wir jetzt gleich, ist das hier oder handelt es sich hier um ein Objekt, mit dem wir interagieren wollen. Zum Beispiel ein Item oder in unserem Fall ein, naja, elektronisches Asset. Und das machen wir jetzt. Um also weiter fortzufahren, müssen wir jetzt hier mit dem Line Trace arbeiten, beziehungsweise mit dem Ergebnis des Line Trace. Und das ist Out Hit. Das bedeutet, dass auf Wasser gestoßen ist oder auch nicht gestoßen ist. Wir könnten jetzt hier rechts liegt drauf machen und Split Struck Pin direkt sagen. Das wäre aber dann so ein ellenlanges Ding hier, deswegen machen wir das mal nicht. Wir sagen also Out Hit und sagen Break. Das bedeutet, wir wollen jetzt das Resultat aufbrechen. Also so aufsplitten in mehrere Unterresultate. Wir werden jetzt erstmal die Taste B gedrückt halten und einen Linksklick machen, um einen Pranch schneller und einfacher hier reinzubekommen. Oder wir machen einen Rechtsklick und sagen Pranch. Ganz einfach, kennt ihr ja schon. Und das connecten wir jetzt hier mit. So. Jetzt können wir nämlich direkt mal schauen. Jetzt können wir nämlich hier eine wunderbare Abfrage machen. Ich bin mir nur gerade unsicher, ob wir die jetzt in einem machen. Wir sagen erstmal Blocking Hit, damit wir erstmal schauen, haben wir oder sind wir auf irgendetwas gestoßen. Weil wenn wir auf überhaupt nichts gestoßen sind, dann ist es ja irrelevant, dass wir hier auch irgendwas unternehmen. Sozusagen. Perfekt. Und jetzt könnten wir aber auch theoretischerweise, vielleicht kombiniere ich das direkt. Wir gehen hier auf den Hit Actor, weil wenn wir auf etwas gestoßen sind, dann können wir ja, wir machen das so. Wir machen das wirklich einfach so. Wir machen noch einen Pranch, True. Also, wenn wir diesen Laserstrahl abgesendet haben und wirklich auf etwas gestoßen sind, also True, dann überprüfen wir auf was wir gestoßen sind. Und hier überprüfen wir jetzt, ob es sich hierbei um eine elektronische Komponente handelt, sozusagen. Deswegen, wir gehen hier ein, Get Class, weil wir die Klasse des Objektes, was wir gerade beschießen, rausfinden wollen. Get Class. Und hier sagen wir jetzt, Class is Child of. Also, die aktuelle Klasse ist ein Kind von. Und das ergibt gleich Sinn, das werden wir sehen. Wir sagen Compile und Speichern. Gehen hier unten links in den Content Browser und werden eine neue Datei erstellen. Rechtsklick, Blueprint Class und das hier wird ein Actor. Diese Datei nennen wir jetzt BP-Master-Strom-Asset als Beispiel. Und dieses BP-Master-Strom-Asset, das werden wir jetzt ganz easy hier einfach in die Parent Class reinziehen. Beziehungsweise, das will er nicht. Wir gehen also hier wieder auf Class is Child of, Parent Class und geben hier BP-Master ein. Und finden BP-Master-Strom-Asset. Nachdem wir das gemacht haben, wird also erstmal Folgendes passieren. Wir drücken die Tasse E. Er sendet den Line Trace los. Wir überprüfen, ob wir auf irgendwas gestoßen sind. Und wenn ja, auf was sind wir gestoßen? Also, die Klasse. Und ist das die Klasse von BP-Master-Strom? Wenn das jetzt die Klasse von BP-Master-Strom ist, und jetzt kommt der Teil, wo wir nämlich casten müssen, dann überprüfen wir, beziehungsweise dann greifen wir direkt auf BP-Master-Strom auf diese Sache von dem Objekt zu. Wie machen wir das? Wir müssen casten. Das bedeutet, wir ziehen True raus und sagen jetzt Cast To. Und jetzt kommt das BP-Master-Strom-Asset. Viele Anfänger tun sich sehr schwer, so richtig zu casten, aber das ist eigentlich gar nicht mal so wild. Und ich erkläre euch jetzt, wie leicht das funktioniert. Wir wollen zu einem Objekt casten, um zum Beispiel von diesem speziellen Objekt, also BP-Master-Strom-Asset, irgendeine Variable oder irgendeinen Wert zu bekommen. Das heißt, wir werden jetzt von unserem Charakter auf eine andere Datei zugreifen. Deswegen casten wir jetzt zu BP-Master-Strom-Asset. Jetzt haben viele Leute das Problem, dass sie hier Fehler rausbekommen. Und ihr seht schon Error. Was steht hier? Wir könnten natürlich jetzt hier unten uns das durchlesen, aber das macht ja sowieso keiner. Deswegen erkläre ich euch, wieso dieser Error kommt. Wenn wir auf ein Objekt, auf ein fremdes oder eher gesagt auf ein drittes Objekt zugreifen wollen, also ein Objekt, was nicht innerhalb von BP-First-Person-Character ist, dann müssen wir casten. Und um casten zu können, brauchen wir eine Objektreferenz. Das bedeutet hier ein Object-Input. Jetzt wäre das zum Beispiel, wenn ich sagen würde, Cast to Game-Mode, ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel Cast to Game-Mode, könnten wir hier als Objekt zum Beispiel Get Game-Mode nehmen. Das würde funktionieren, also wenn wir als aktuellen Game-Mode den Game-Mode haben, also der heißt auch Game-Mode hier, ist jetzt ein blödes Beispiel, dann würde das funktionieren. Wenn wir das aber nicht hätten, dann würde der Cast nicht funktionieren, denn wir brauchen immer ein Objekt, was hier irgendwie mit funktioniert, beziehungsweise das BP-Master-Strom-Asset-Objekt benötigen wir hier. Um das jetzt mal ein bisschen verständlicher zu erklären, verbinden wir das Object mit unserem Hit-Actor. Ich ziehe das jetzt mal kurz hier rüber, so circa. Diese Reroad-Nodes können wir mit einem Doppelklick auf die Linie machen, nur falls du das noch nicht weißt. Wir klicken auf Compile und es funktioniert. Warum? Wir drücken E. Ja, sind die Linie los. Wir überprüfen, ob diese Linie auf irgendwas gestoßen ist und wenn ja, auf was? Hit-Actor. Das bedeutet, ist er auf ein Objekt gestoßen? Ja. Was für ein Objekt ist es? Der Hit-Actor. Deswegen überprüfen wir jetzt, ist der Hit-Actor die Klasse BP-Master-Strom? Ist das die Klasse BP-Master-Strom dann true? Das heißt aber, wenn dieser Actor hier der BP-Master-Strom ist oder das BP-Master-Strom-Blueprint, dann können wir auch dieses hier als Referenz speichern und direkt auf dieses Objekt zugreifen mit einem Cast. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie verstanden. Das ist manchmal... Probiert es einfach selber mal aus. Ich bin davon überzeugt, ihr werdet es verstehen. Das ist nur manchmal ein bisschen komisch zu erklären. Ich werde mal irgendwann ein Tutorial darüber machen, wo ich das ein bisschen besser erkläre und wo man dann ein bisschen besser darauf zugreift. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wird es interessant. Wir gehen in den Content-Browser und gehen jetzt auf unseren BP-Master-Strom-Asset. Und hier ist ja nichts drin. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Add und werden einfach mal ein Mesh, ein Static Mesh hinzufügen. Static Mesh. Boom. Und das nennen wir jetzt einfach mal Elektro-Mesh. Genau, so machen wir das. Compile und speichern. Jetzt ist es so, dass wir hier zwar Elektro-Mesh haben, aber dieses Elektro-Mesh, das kann man auf der rechten Seite ganz gut sehen, Static Mesh None, ist leer. Das bedeutet, wir haben hier zwar vorgemerkt, dass hier ein 3D-Objekt hin soll, aber das ist aktuell leer. Und ich füge jetzt hier ein Hochspannungsmast ein. Weil es jetzt ein bisschen leichter ist, werde ich kurz mein Smart-Cable-Connector-Pack runterladen, weil dort sind halt so Hochspannungsmasten und sowas dabei oder halt Strommasten und die nutze ich. Für die Kanalmitglieder, also hier in der Datei, die ihr runterladen könnt, in den Community-Beiträgen, da tue ich Ihnen Low-Poly, ja, einfach Power-Pole, also einen Strommast hinzufügen. Für alle anderen, ihr könnt natürlich hier auch einfach hingehen und jetzt einen Cube hinzufügen. Ja, also irgendeinen Cube könnt ihr hier hinzufügen als Standard-Modell. Wir gehen hier oben auf Electro-Mesh und werden jetzt einfach hier Editable when Interred, also Interred, was auch immer, sagen. Okay, speichern und compile. So, jetzt werden wir folgendes machen. Wir gehen hier auf den Content-Browser und sagen jetzt, Rechtsklick hier drauf auf BP Master Strom Asset oder ja doch Strom Asset und sagen Create Child Blueprint Class. Wenn wir das gemacht haben, nenne ich das jetzt mal BP Power Pole oder ich nenne es mal zu Deutsch BP Strom Mast. Und das hier können wir jetzt einfach easy peasy in unser Level reinziehen. Das sieht natürlich nach noch gar nichts aus, aber keine Sorge. Ich werde mal kurz aus dem Master Ding, das, was wir eben erstellt haben, wieder löschen, compile und speichern. Und wir gehen jetzt hier rein in, wo ist es, BP Strom Mast. Hier können wir nämlich jetzt unter Electro-Mesh ein 3D-Modell setzen. Ihr sucht jetzt einfach irgendeinen Static-Mesh aus. Wie gesagt, in meinem Fall gehe ich mal hier unter Mashes und hier habe ich jetzt beispielsweise, ja, den Power Pole hier, Demo. So, oder wir nehmen mal hier Single Mesh 1 und fügen das hier ein. Das ist, glaube ich, von Mr. Philippa ein Mesh, genau. So sieht das Ganze aus. Wir klicken hier auf Compile und Speichern und wenn ich jetzt hier hingehe, tada, hier ist jetzt dieser Strom Mast bzw. dieser Telefon, ist das ein Telefon Mast? Ich glaube, es ist ein Telefon Mast, eingefügt. So, jetzt geht es zurück in unser Blueprint und hier werden wir jetzt unter First Person Character Folgendes machen. Wir werden erstmal sagen, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich auf hier dieses wunderbare BP Cast2 gestoßen bin? Ich werde jetzt erstmal hier zwischen, ich werde das hier erstmal disconnecten. Übrigens, wenn ihr sowas hier habt und disconnecten wollt, dann drücken wir hier die I-Taste und dann einen Linksklick auf die jeweilige Stelle. Und hier werden wir jetzt True rausziehen und ein Print String machen. Ich würde mal sagen, Strom Ausrufezeichen werden wir bei True einfach hinzufügen und bei False werden wir jetzt hier unten einfach Non eingeben. Das bedeutet, wenn wir auf kein, also wenn wir auf ein Objekt gestoßen sind, was aber nicht jetzt hier ein Stromobjekt ist, dann sagt er mir Non oben in der, also oben links beim Bildschirm. Und wenn es ein Strom Mesh ist, dann sagt er Strom, okay? Und wir probieren das Ganze jetzt aus. Wir klicken also hier oben auf Play. Ich gehe jetzt mal zu hier diesem Würfel und er sagt uns jetzt oben links Non. Wenn ich jetzt aber zu diesem Hochspannungsmaß gehe, oder was heißt hier Hochspannungsmaß, wenn wir zu dieser wunderbaren Telefonmaßangelegenheit gehen und E drücken, Strom. Seht ihr das? Es hat also funktioniert. Er hat das hier erkannt und funktioniert. Und es funktioniert. So. Das funktioniert also schon mal. Jetzt connecten wir True mit dem Master Strom Asset Cast 2. Und jetzt werden wir folgendes machen. Jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Wir werden hier oben den Eckseck rausziehen und sagen jetzt, passt auf, wir werden jetzt ein Kabel kreieren. Das ist jetzt im Prinzip, wie hieß das nochmal? Add Cable, ne? Add Cable? Add Cable Component. Hier das wird jetzt nämlich ein Stromkabel, ein dynamisches Stromkabel zwischen Punkt A und Punkt B gleich ziehen. Passt auf. Also wie gesagt, wir müssen nur Punkt B noch gleich registrieren. Deswegen bitte nicht wundern, da müssen wir gleich noch ein paar Dinge hinzufügen und ändern. Aber dieses dynamische Stromkabel ist nicht immer performant, aber ich denke für unseren aktuellen Zweck doch ausreichend und halt auch wirklich nice. So. Das hier werden wir jetzt erstmal so hinstellen. Und wir werden jetzt mal kurz schauen, dass wir hier unser Hit Actor nehmen. Und den Hit Actor, den werden wir mit Target verknüpfen, okay? Damit das circa so aussieht. Perfekt. Ja, so weit, so gut schon mal. Jetzt brauchen wir die Transform-Angelegenheit. Bedeutet also letztendlich, wir müssten jetzt sagen, wo soll er das Ganze denn überhaupt hinsetzen? Und dafür gehen wir jetzt wieder in unseren Strommast zurück. Auf unseren Telefonmasten hier. Und werden jetzt zum Beispiel hier auf unser Static Mesh klicken, sodass wir hier in den Static Mesh Editor kommen. Das kennt ihr ja alles schon. Das ist ja jetzt im Prinzip, das sind alles Basics. Und hier gehe ich jetzt oben rechts in den Socket Manager. Ihr könnt das auch machen, indem wir hier auf Window draufklicken und dann Socket Manager anklicken, falls ihr das Fenster hier nicht habt. Und hier klicke ich auf das Plus und sage jetzt Strom, was weiß ich, Attach oder Cable Attach. Wir nennen das mal Cable Attach Point. Genau, das ist relativ eindeutig. Diesen Cable Attach Point, der ist jetzt hier unten und den werden wir jetzt hier hochziehen, dort wo unser Kabel spawnen soll. Und zwar so. Wunderschön. Genau, perfekt. Damit bin ich zufrieden. Hier soll unser Kabel spawnen, können wir noch genauer anpassen. So. Safe. Diesen Namen werden wir uns jetzt kopieren oder einfach merken. Cable Attach Point, damit wir den hundertprozentig kennen. Und jetzt werden wir folgendes sagen. Wir werden hier in den First Person Character wieder reingehen und werden jetzt hier bei BP oder SBP Master Strom Asset sagen, get, wie haben wir das genannt? Get, jetzt muss ich nochmal gerade nachschauen. Electro Mash, okay. Get Electro Mash. So. Wir wollen nicht get Mars, sondern Socket nehmen. Get Electro Mash Socket. Get, und jetzt kommt's hier. Get Socket Location. Genau, das hier soll's sein. Get Socket Location. So sollte das Ganze aussehen. Ich werd das hier nochmal ein bisschen rüberziehen. So. Und so. Hier bei... Pardon. In Socket Name geben wir jetzt den Namen ein. Cable Attach Point. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir das hier noch ein bisschen weiter rüberziehen und werden jetzt hier sagen, make transform. Und sobald wir das jetzt hier gemacht haben, Leute, und alles, äh, das lassen wir alles so wie es ist, werden wir das hier, das Return Value von dem orangenen Wert hier mit Relative Transform im Prinzip hier verknüpfen. Ich werd das hier mal kurz ein bisschen runterziehen. So. Boah, ich sollte das also im Prinzip so aussehen. Genau. Und Leute, dann hat er es auch schon gespawnt. Hier bei Add Cable Component würde ich noch eine Variable hinzufügen. Die nenne ich jetzt mal Cable Component. So. Und jetzt ist die Frage, wir müssen ja jetzt auch noch speichern, wie viele Kabel sind connected und woher kommen diese wunderbaren Kabel. Dafür gehen wir jetzt in den Master Strom Asset oder in den SBP Master Strom Asset und fügen hier unten eine neue Variable hinzu und nennen diese Variable verbundene Kabel. Das sollten wir, wir sollten das wirklich einheitlich auf Englisch machen, aber ich mach's jetzt wie gesagt für euch mal auf Deutsch. Ähm, Cable. Wir geben hier oben bei dem Variablen-Typ Cable ein und werden hier Cable Component auswählen und hier drunter einfach Object Reference. Das Ganze werden wir jetzt auf der rechten Seite oben von beim Variablen-Typ Cable Component, hier werden wir auf der rechten Seite draufklicken und von Single auf eine Array-Variable umsetzen, damit das Ganze so aussieht. Compile und speichern. Jetzt gehen wir in den First-Person-Character zurück, ziehen das hier wieder raus und sagen jetzt, ähm, verbundene Kabel get. So ungefähr. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir die wunderbaren verbundenen Kabel jetzt hinzufügen, ja. Also wir müssen ja irgendwo auch speichern, wie viele Kabel sind denn eigentlich schon mittlerweile dort connected. Und um das zu machen, werde ich das jetzt einfach mal hier oben hinziehen. So, circa. Ich mach hier ein Beherr-Doppelklick wieder eine Reroad-Node hin. Und jetzt werden wir hier wiederum ein Add hinzufügen. Einfach nur ein ganz normales Add. Nein, das war das Falsche. I'm sorry. Wir werden hier ein Add hinzufügen. Wir gehen also auf verbundene Kabel, ziehen das raus und sagen Add. Soweit wir das gemacht haben, connecten wir das hier und tun jetzt unseren Cable Component damit verknüpfen. Sehr schön. Und jetzt haben wir schon mal hier ein verbundenes Kabel oder ein Kabel eben zu dieser Variable verbundene Kabel hinzugefügt, sodass das eben registriert wird, dass eben etwas hier, naja, hinzugefügt wurde. So, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir jetzt hier unseren Cable Component nehmen und einfach mal rausziehen. Und hier geben wir jetzt ein Attach Component to Component unter Transformation. Attach Component to Component. Das verknüpfen wir mit Add. So ungefähr. Per Doppelklick mach ich hier wieder eine Reroad-Node rein, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und hier haben wir jetzt einfach mal das Target und Parent. Wir benötigen auch Parent. Das ist ganz wichtig. Und deswegen gehen wir hier hinten hin zu Electro-Mesh, ziehen das hier raus und connecten das mit Parent. Also hier unser Electro-Mesh von ganz am Anfang. Ich werde das auch mal wieder mit einer Reroad-Node ein bisschen schöner machen. Ist jetzt ein bisschen Durcheinander-mäßig. Wir hätten das hier vielleicht als Variable speichern sollen, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Aber nevermind. Okay, ist jetzt halt so. Gut, nachdem wir das gemacht haben, werden wir hier sagen Location Rule, Snap to Target. Rotation Rule, Snap to Target. Und Scale Rule, Keep Relative. Okay. Okay, soweit, so gut. Jetzt werden wir noch eine einzige Sache machen. Und zwar, jetzt müssen wir noch die Logik hinzufügen. Jetzt haben wir ein Kabel erstellt. Aber wie geht es weiter? Wir können es schon mal ausprobieren. Ich bin jetzt unsicher, ob da irgendwas Großes passiert. Wir haben jetzt hier bestimmt schon mal ein Kabel erstellt, aber er macht damit noch nichts. So, jetzt sind wir hiermit schon mal durch. Das sieht auch schon sehr gut aus. Jetzt müssen wir gerade noch eine Sache schauen. Ich werde jetzt doch noch mal kurz hier das Ganze zu einer Variable promoten. Also wir gehen noch mal zu Cast to BP Strom Asset und sagen jetzt hier Promote Variation. So, wir connecten das hier und connecten das wieder zu Ad oder generell to Ad Kabel Component. Und das hier nennen wir jetzt mal Cable oder Cast to Strom Asset. So nennen wir das jetzt mal. Cast to Strom Asset. Und wenn wir das gemacht haben, sagen wir hier oben links Compile und Speichern, gehen hier ganz hinten hin und werden jetzt hier unten links eine neue Variable hinzufügen. Und die nennen wir jetzt First Step. Okay? Einfach First Step. Das ist die Variable mit dem Typ Boolean. Die fügen wir jetzt einfach hier hinten hin und sagen Faults. Also, dass das hier nicht bestätigt wurde. Wenn wir das gemacht haben, werden wir jetzt folgendes machen. Wir werden jetzt hier alles markieren, was wir bisher gemacht haben, außer E und werden Rechtsklick sagen und sagen Collapse Nodes, damit wir hier eine größere Übersicht haben. Und dann nennen wir hier hinten das Ding. Wir schieben das jetzt erstmal hier vorne hin, so. Und dieses Teil, diese Collapse Nodes Sammlung nenne ich jetzt einfach mal First Step. Oder Is First Step. Was auch immer. Wir nennen das Is First Step. Das duplizieren wir uns jetzt. Und jetzt sagen wir hier bei Pressed. Pressed ziehen wir nochmal raus und sagen Branch. Und überprüfen jetzt, ob das hier der erste Schritt ist. Weil wir haben ja das Problem, dass wir erstmal ein neues Kabel hinzufügen und dann dieses Kabel mit einem anderen Ektor verbinden wollen. Das ist ja so die grundsätzliche Sache, die wir heute machen wollen. Und um das zu machen, werden wir halt das hier einteilen in einen First Step und in einen Second Step. Das nenne ich jetzt auch mal Second Step. Hier unten das nennen wir Second Step und connecten wir mit False. So. Grundlegend ist First Step immer True, okay. Das heißt, wir gehen hier unten auf First Step und sagen, dass das immer standardmäßig True ist. Weil wir ja immer mit dem ersten Schritt anfangen. Hier hinten in Is First Step wird natürlich dann gesagt, dass das False ist, weil der erste Schritt ja abgelaufen ist. Jetzt gehen wir auf Is Second Step, was ja eine Duplizierung oder ein Duplikat letztendlich von unserem ersten Schritt ist. Das sieht auch genauso aus, wie ihr seht. Und jetzt werden wir hier letztendlich einiges löschen. Und zwar hier, das kann alles gelöscht werden bis zu dem Punkt, ja bis hierhin. Bis wir das erste Mal überprüfen, ob es ein Stromasset ist, kannst du alles löschen, damit es nur noch so aussieht. Nachdem du das gemacht hast, werden wir folgende Sache hier nämlich jetzt noch ändern, beziehungsweise einfügen beim zweiten Schritt. Und zwar werden wir jetzt hier einfach sagen, bei dem, wenn es ein Stromasset ist, True, ne. Dann werden wir hier ein Branch hinzufügen. Und jetzt ziehen wir mal kurz den Hit Actor nochmal hier raus, bei dem Break Hit Result und sagen Equal, also gleich, gleich eingeben. Hier überprüfen wir nämlich, ob das Objekt, auf das wir gestoßen sind, genau dasselbe Objekt ist, wie zum Beispiel, und jetzt kommt es, Cast to Stromasset. Das haben wir gerade eben erstellt. Das werden wir jetzt einfach mal hier einfügen. Zack, perfekt. Genau so muss das aussehen. Und wenn wir das gemacht haben, sagen wir jetzt im Prinzip Not. Weil es halt nicht dasselbe Objekt sein soll, wie das, was wir, ups, es soll nicht dasselbe Objekt sein, ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Not-Node, das ist das Not-Boolean, ganz wichtig, Not-Boolean. Das connecten wir. Wir könnten natürlich auch hier noch eine End-Node dazwischen schalten, all dem nach, wie man es machen will. Dann könnte man das hier komprimieren in einen Schritt, aber never mind. So, das würde nämlich jetzt voraussetzen und sagen, dass hier dieses Asset nicht dasselbe Asset sein darf, wie das, wo wir unser Kabel gestartet haben. Weil sonst würden wir an ein und dieselbe Stelle ein Kabel setzen, und das wollen wir nicht, oder? Wollt ihr das? Ich glaube nicht. So, nachdem wir das jetzt veranstaltet und gemacht haben, werden wir jetzt neu casten, weil das hier ist ja ein neues Asset. Deswegen werden wir nochmal neu casten. Das heißt, wir werden jetzt hier kurz mal eine Reroad-Node hinsetzen bei dem Hit-Actor. Und dann sage ich mal so, und jetzt sagen wir cast to BP Master Strom Asset wieder, genau wie eben. So circa, damit das so ausschaut. Ich füge hier noch ein paar Reroad-Nodes hinzu, damit das ein bisschen schöner und übersichtlicher ausschaut. Dass wir jetzt zuerst etwas in BP Master Strom ändern müssen, das wäre also hier zum Beispiel. Ich gehe in den Event-Graph und würde hier ein neues Event hinzufügen. Und das nennen wir jetzt mal Override, Override all, ja, wie nennen wir das? Oder Override, Override, Mesh Connection, Override Mesh Connection nennen wir das jetzt hier einfach mal. Und wenn wir das gemacht haben, klicken wir auf Compile und auf Speichern. Gehen zurück in unseren First-Person-Character und rufen dieses Objekt auf. Also Override Mesh Connections. Nachdem wir das gemacht haben, die Logik dafür mache ich gleich noch, keine Sorge. Nachdem wir das gemacht haben, werden wir jetzt wie folgt fortfahren. Wir sagen jetzt hier letztendlich, dass wir unser Kabel, also unseren Cable Component, einfach hier attachen wollen. Set Attach End to Component. So. Perfekt. Und unser Component mit dem, wie wir es jetzt hier letztendlich verknüpfen wollen, ist ja unsere Location, ja, von unserem Attachment-Punkt, wenn man so will. Und die bekommen wir, wie gesagt, das hatten wir ja hier schon in Schritt 1. Wir gehen mal kurz in das First-Step hier rein und kopieren uns die, lasst mich mal kurz schauen, hier dieses Mesh, ja. Oder hier diese Nodes, nicht dieses Mesh, hier diese Nodes. Target, Electro-Mesh, Get-Socket-Location, so ein Spaß eben, ne. Beziehungsweise halt hier vorne Electro-Mesh. Das kopieren wir, wir gehen jetzt in ein Step-Tool rein, fügen das hier einfach mal ein, tun hier diese wunderbaren Nodes connecten, so circa. Und jetzt müssen wir folgendes machen, wir connecten das A mit Component und B werden wir jetzt hier unser Kabel-Component nutzen und sagen Get-Word-Location, also die aktuelle Position in der Welt wieder. Jetzt benötigen wir aber auch noch, wie gesagt, unser Elektro-Mesh und hier werden wir letztendlich jetzt easy peasy sagen, dass wir wieder die Socket-Location benötigen. Get-Socket-Location, das hier hieß Cable-Attach-Point, das fügen wir hier ein. Und nachdem wir das haben, könnten wir auch hier die Get-Word-Location, obwohl, ne, warte mal, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Und jetzt sagen wir Distance. Distance-Vektor benötigen wir. Zwischen Punkt 1 und Punkt 2 die Distanz. Das ist letztendlich das, was wir haben wollen. So, jetzt ist doch die Sache die folgende. Wir benötigen letztendlich auch noch eine Art Länge des Kabels. Und um die einzufügen, dafür nutzen wir im Prinzip den Cable-Component. Diese Node füge ich also einfach wieder hier ein, die könnt ihr hier auch unter Cable-Component einfach versuchen und finden. Und jetzt sagen wir Set-Cable-Length. So. Und wir connecten das Ganze hier und sagen jetzt letztendlich, dass die Distanz zwischen unserem aktuellen Objekt und dem Attachment-Point von dem neuen Objekt prinzipiell die Distanz sein soll für die Kabellänge. So. Ich denke, das passt jetzt soweit. First Step ist jetzt also abgeschlossen, beziehungsweise sagen wir jetzt wieder auf, oder sagen wir wieder, dass es Ja sein soll. Jetzt werden wir mal kurz hier das Cable-Component noch einfügen und hier hinten auch noch Cast to, wobei war das jetzt das hier? Ja, doch, müsste sein. Cast to Strom-Asset. Ich bin echt gespannt. Keine Ahnung, ob das jetzt funktionieren wird. Jetzt bin ich selber gerade mal neugierig. Achso, wir brauchen natürlich auch zwei Meshes. Ich dupliziere den Spaß jetzt einfach mal. So. Kann sein, dass wir noch ein paar Dinge gleich ändern müssen. E. Und E. Ich glaube irgendwas... Ah, okay, okay, okay. Also es hat funktioniert. Es war nur... Es ist nur etwas interessanter noch. Deswegen müssen wir vielleicht das noch ein kleines bisschen ändern. Dann gehen wir oben auf Master Strom-Asset und werden hier bei Electro-Mesh einfach eine neue Komponent hinzufügen. Ich werde jetzt einfach mal hier ein Billboard hinzufügen. Es ist ja wirklich völlig egal. Billboard fügen wir jetzt einfach mal hier ein. Wir nennen das jetzt in Caps Socket. Klicken wir auf Compile und auf Speichern. Gehen in unseren First-Person-Character bzw. gehen zuerst zu unserem Strommast und werden jetzt hier dieses Socket, also dieses Billboard hier oben einfügen, wo unser Kabel hin soll. So circa. Als nächstes gehen wir jetzt hier hin in den First-Person-Character und löschen GetSocket-Location und Electro-Mesh. Hier fügen wir jetzt bei SBP Master Strom-Asset einfach GetSocket ein. So ungefähr. Und connecten das jetzt mit Component. Und hier sagen wir jetzt auch GetWord-Location. Ups. GetWord-Location. Und das connecten wir einfach mit V2. Dasselbe machen wir jetzt auch mit First-Step. Das bedeutet, wir gehen hier oben in den Event-Craft zurück, gehen in IsFirst-Step. Und hier haben wir jetzt unser Electro-Mesh. Und das ist natürlich jetzt grundlegend wieder falsch. Das bedeutet, dass hier löschen wir. Wir sagen hier SBP Master. Ups. SBP Master. GetSocket. Und tun hier unten die Variable wieder einfügen. Also ganz normal, wie gerade eben auch. und werden aber diesmal die Connection etwas anders handhaben. Wir ziehen hier also GetWord-Location wieder raus, damit wir die aktuelle Position in der Welt bekommen. Verbinden. Hier unten, das verbinden wir jetzt auch wieder. Und jetzt sollte es theoretischerweise, wenn ich nicht irgendwas verkackt habe, besser laufen. Immer noch unter der Erde. Sag mal. Okay, der will jetzt irgendwie gerade nicht. Das Problem ist, und das habe ich glaube ich jetzt gerade erfolgreich festgestellt, Wir müssten in den Master-Strom-Asset das Socket nochmal löschen. Gehen hier auf Electro-Mesh und fügen hier bei Add eine Szene hinzu. Das sollte unsere Probleme theoretischerweise löschen. Also Scene. Die nennen wir jetzt auch mal kurz Socket. Und dann sollte das Problem hoffentlich auch gegessen sein. Ich klicke jetzt nochmal kurz auf den Strom-Mast. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich wieder anpassen, dass es hier oben ist. So. Perfekt. Machen wir das einfach mal hier hin. Compile und speichern. Wir gehen in den First-Person-Character. Und werden jetzt hier schauen. Socket. Nach wie vor werden wir Socket hier wieder einfügen. Jetzt sagt er mir, dass das jetzt hier nicht möglich wäre. Das schauen wir uns gleich mal an. Ah, jetzt klappt es. Okay. Compile und speichern. Ich gehe in den Second-Step. Also wir werden jetzt einfach an der Stelle, wo wir das eben hinzugefügt haben, auch wieder ersetzen. Hier haben wir aber Socket. Okay. Scheint zu funktionieren. Gut, das Ganze scheint zu funktionieren. Warum da oben eine Lücke ist, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich gerade auch nicht beantworten. Das ergibt für mich, also meinen Begriffen, keinen Sinn. Ähm, wenn ich jetzt das Ganze runterskalieren würde von dem, äh, wie heißt das hier, von dem Socket, beziehungsweise von hier diesen, von dieser Szene, dann würde das auch direkt wunderbar passen. Ich gehe irgendwie davon aus, das ist so diese Segmentlänge von dem Kabel. Aber es wundert mich dann schon ein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite könnte es natürlich auch was mit der Länge hier zu tun haben. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wenn ihr eine coole Idee habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Das Tutorial war jetzt hier relativ random, beziehungsweise ganz schnell gemacht. Äh, war auch ein bisschen länger, wie ihr merkt. Ich werde jetzt im nächsten Tutorial, äh, wie gesagt noch, äh, schauen, dass wir das Kabel auch vor uns haben und wirklich sehen, wohin wir das führen. Das ist, denke ich, auch noch eine ganz coole Sache. Und ansonsten, lasst mich überlegen, kommt natürlich noch die Kabel-Stromübertragung hinzu. Und wir werden sehen, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Musik 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 Musik